Hallo liebe Zuschauer, jetzt kommt ein Video über den Strandabschnitt White Sand, einer der bekanntesten, glaube ich, in Koh Chang. Wir haben jetzt Sonnenuntergang und ihr werdet jetzt auch gleich den Sonnenuntergang sehen und anschließend könnt ihr euch den Strand mal betrachten. Ich muss sagen, hier sind sehr viele Menschen. Man ist also hier nicht einsam, ob es jetzt Pärchen sind oder auch, sieht so aus, Kegelklubs sind auch hier. Nein, der ist schon besucht, dieser Strand. Aber schaut euch das mal an. Bis gleich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020